Okay, sind wir mal ehrlich. Wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal den Traum gehabt, ein Star zu werden. Mal ein Star zu werden, wie zum Beispiel Michael Jackson, Emma Watson, Lionel Messi oder John Cena. Das Problem ist aber, dass ein durchschnittlicher Mensch wie du und ich keine speziellen Talente und Fähigkeiten haben wie diese Leute. Naja gut, bei John Cena bin ich mir nicht sicher. Daher möchte ich dir heute zeigen, wie du am leichtesten an Fame kommst. Denn sind wir mal ehrlich, um auf YouTube nur Reichweite zu generieren, braucht man sicherlich kein Talent. Und heute möchte ich jedem zeigen, wie du mit null Talent Erfolg auf YouTube haben kannst. Und wer könnte dir das besser sagen, als der Typ, der schon ewig Videos macht und nur dreieinhalbtausend Abonnenten hat. Gut, dann möchte ich euch mal ein paar Kanäle Deutschlands zeigen, die momentan oft auf der Startseite sind. Gucken wir doch da einfach mal rein und schauen, wer irgendein spezielles Talent besitzt. Löffloid macht News. Das heißt, er muss nur Informationen raussuchen und diese dann vor der Kamera vorsprechen. Das ist tatsächlich kein Talent. Slviki Show und Emra machen Lifehacks. Das heißt, sie müssen sich irgendetwas raussuchen, das mit dem Alltag zu tun hat und müssen das probieren, auf die dümmste Art und Weise irgendwie einfacher zu machen. Also schon wieder, kein Talent. Jeder einzelne Let's Player auf YouTube. Spielen Spiele und kommentieren sie. Also überhaupt kein Talent. Apo Red und KS Freak. Ach kommt, Jungs, das kann man einfach nicht euer Ernst sein. Katja, Krasse, 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 Kras, Katja, Katja. Eigentlich ist es egal, wie lächerlich kacke ihr das Video bis jetzt fandet. Katja ist die Lächerliste. Aber eins muss man ihr gut schreiben. Sie hat ein Talent. Und zwar das Talent, gegen die YouTube-Richtlinie zu verstoßen. Aber über dieses Video möchte ich in einem anderen Video nochmal etwas genaueres dazu sagen. So, jetzt haben wir erstmal geklärt, welche YouTuber auf der Startseite über ein Talent verfügen. Niemand. Warum ist das so? Naja, um auf YouTube bekannt zu sein, kann man eigentlich so einer gewissen Formel folgen. Ich nenne sie wunderschön, die Ich-verkaufe-mich-wie-eine-Nutte-Formel. Mit Nutte ist nicht die Katte gemeint, weil sie ja nicht mal das kann. Und diese wunderbare Zauberformel möchte ich euch jetzt natürlich auch nicht vorenthalten. Und ich danke Gott dafür. Erstens. Du musst halbwegs gut aussehen, damit du auch auf Instagram Bilder posten kannst. Weil wenn du so aussiehst, dann hat niemand Bock auf deine Visage. Zweitens. Du musst versuchen, dass deine Videos für die breite Masse geeignet sind. Das heißt, sie müssen auch für den letzten Vollspaß verständlich sein. Drittens. Du musst die Leute ja irgendwie dazu bringen, deine eigentlich schlechten Videos zu schauen. Und das geht eigentlich ganz einfach mit provokativen Titeln und Thumbnails. Viertens. Du musst dir irgendeinen großen YouTuber heraussuchen und versuchen, dich mit ihm zu befreunden. Es geht dir aber keineswegs um die Freundschaft. Du willst nur die Klicks und die Reichweite. Fünftens. Wenn du jetzt schon eine gewisse Reichweite generiert hast, dann versuche immer irgendwie aktuell zu bleiben. Mische dich zum Beispiel in jeden Beef mit ein, mach jeden Scheiß Trend mit und mach den Shit, den die Kinder feiern. Auch wenn du schon erwachsen bist. Der sechste Tipp und gleichzeitig der wichtigste. Einfach nicht das tun, was ich mache. Weil sonst kommst du deinem Traum, einmal Fan zu werden, jeden Tag einen Schritt weiter weg. Siebtens. Okay, der Freund war nicht der Letzte. Mit diesem Letzten möchte ich nochmal ernst sein. Das wahrscheinlich Wichtigste, das einem zum Erfolg auf YouTube helfen kann, ist die Regelmäßigkeit. Einfach dranbleiben. Diese drei Worte sind wahrscheinlich die wichtigsten, die man für irgendwelchen Erfolg auf YouTube beachten muss. Und ich weiß, dass ich in diesem Punkt komplett das falsche Beispiel bin. Aber falls ihr vorhabt, mit YouTube zu starten, dann denkt immer an diese drei Worte, auch wenn sie von einem bisschen kleineren YouTuber kommen. Denn dieser kleinere YouTuber, dessen Video ihr gerade schaut, ist schon Ewigkeiten dabei und hat gesehen, welche Kanäle gestiegen sind und welche einfach komplett gefällt sind, aufgrund der Regelmäßigkeit. Und dabei kommt es eben wirklich nicht unbedingt auf die Qualität der Videos drauf an oder auf den Inhalt der Videos. Das seht ihr ja momentan an den Trends. Es kommt nicht drauf an, was genau du in den Videos sagst. Es kommt nur darauf an, dass du sie regelmäßig machst und dass du sie ungefähr auf die breite Masse anpasst. Und wenn man wirklich nur auf den Erfolg aus ist, dann sind diese sechs Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, wahrscheinlich gar nicht so absurd, wie sie vorhin schienen. It's a rich man's world